Ja, das erste Spiel gegen die Kärnten aus Villach LPSV, das war ganz, ganz schwierig. Wir sind direkt in die Halle gekommen, haben uns nicht aufwärmen können, das haben wir auch gesehen. Der Start war ganz schlecht, aber auch verdienter Sieger LPSV. Wir hatten trotzdem trotz 1-1 auch noch 1 für gute Chancen, aber verdienter Sieger nach dem Match. Ja, war aufräumend das Match jetzt im Viertelfinale gegen Liberta. Wir hatten große Probleme mit den Aufstellungen gegen Juniors und bei der Kampfmannschaft, sehr viele Absagen, sehr viele Verletzte, sehr viele verhindert. Wir mussten dann vier Spieler von den Juniors in die Kampfmannschaft holen, sensationell, was die Jungs hier geleistet haben, nur mit zwei Wechselspielern. Von der Kampfmannschaft war nur noch der Tormann, der Aleksandar Tomic, der Fatl und Greca, und der Sinan Pizzer da. Ja, dass wir jetzt im Halbphilhalle stehen, ist eigentlich eine absolute Sensation mit dieser Mannschaft. Aber ja, großes Lob und sie haben alles am Feld gelassen, um dieses Ziel zu schaffen. Alles Welt, und Glückwunsch! k